Monsieur Le Bleu, Sie wussten nicht, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte? Wenn alle Frauen, die ihre Männer betrügen, zerstückelt würden, gäbe es nicht mehr viele ganze, Kommandant. Verstehen Sie das, Carpentier? Nein, Kommandant? Die Verwunderung ist sehr groß. Wir sind hier in einem kleinen Dorf, wo es normalerweise nicht... Das hier ist ein großes Dorf. ...wo normalerweise nichts Aufregendes geschieht. Und, äh, nach den zwei Leichen, äh, Leichen, pardon, wird ein dritter Leichenfund in Kürze von der Polizei bestätigt. Es ist, äh, es ist tatsächlich die Leiche eines, eines Mannes schwarzer Rasse, die wir in der Kuh am Strand gefunden haben. Aber das Schlimmste, wissen Sie was? Nein. Im Inneren hat man auch ein Stück von Madame Le Bleu gefunden. Was für ein Chaos. Hm. Was für ein Chaos.